so jungs warum bin ich jetzt schon wieder im sperrgebiet was soll der scheiß heute ein pistol die hauen wir jetzt weiß was ich habe doch mehr auf klopperei hier haben wir jetzt zu klopfen so dass ich meine fässer so versenkt wo ist der andere der geht gerade unter ok machen wir löscht das feuer löscht die feuer so moment ich habe noch eben die beute da und den anderen da gleich mal noch mal den der mario 9 nieder die durch die sagen durchschießen können was soll der scheiß so ich habe meine crew vollständig mein freund jetzt fahren wir in rennen hier sind bereits kling 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 so alles aufgesammelt entehen nicht entehen wir jetzt zieht sie in ihren untergang Ah, da muss ich wieder Maus nehmen. Ja, komm. Na, schade, schon leer. Na, komm hier. Na, komm. So, der Ketten muss tot sein. Dann geben sie manchmal auch Schummel. Na, komm. So, erwischt. Hihihi. So, geht doch. Mal gucken, was wir erbeugen. Oh, Leute. Ich komm gleich wieder. Telefon klingelt. Bis gleich. Gut, liebe Freunde. Da bin ich nochmal. Wieder. Gab da gerade ein kurzes Gespräch. Denn ich möchte mir eine Versicherung zulegen. Das war eine Ausratversicherung. Ist immer ganz wichtig. Könnte ich mal erzählen. Ähm, was ich zum Beispiel... Ach, da ist ein Schiff, wo ich hier alles klar... Wir kloppen uns unten dann nochmal mit den Leuten hier. Ich möchte die gerne erobern. Was hat er da gerade gesagt? Ich weiß es gar nicht. So, haben die irgendwelche Fässer. Russen. Och, Mann. Das ist immer so weit vorne. Warum habe ich vorne keine Drehbassen? Ach, schade. Warum habe ich eigentlich vorne keine? So, und fertig. Warum habe ich das nicht zu Anfang an so? Alles klar. Och, Mann. So, jetzt haben wir die nächste Klopperei fertig. Äh, Jackdow reparieren. Bekanntheitsgrad verringern. Machen wir das mal so. Ich könnte gute Männer brauchen. Der Typ im Hintergrund. Yay! Alles klar. Gut, dann, äh... Wir haben die Jackdow repariert. Wir haben sie aufgerüstet. Und dann würde ich sagen... Gehen wir doch die nächste Mission machen. Hauptmission. Äh, gut. Dann machen wir eben Schnellreise hierhin. Und da kann ich mal erzählen. Besten Listen. Sie haben zur Zeit Rang... 191.186. Alles klar. Haben wir. Sehr schön, dass wir... in der Rangliste höher stehen. Nö, nö. Ich möchte da nicht andocken. Ich möchte gerne... da hinten hin. Wow, wow. Und die Schrieglage. Leute, das kann man nicht sehen. Ach ja. Nee, äh... Kann ich mal erzählen. Ähm, was da... in der Schule zum Beispiel nicht gelehrt wird, ist... sich aufs Leben vorzubereiten. Das finde ich so ein bisschen schade, dass da nicht gesagt wird... Oh, es regnet. Nee, dass da nicht gesagt wird, ähm... Die will ich mal eben ausweichen. Entschuldigung, Jungs. Nee, dass da halt nicht gesagt wird... oder gelehrt wird, wie man sich aufs Leben vorbereiten kann. Mit Versicherung. Gibt es der aktuellen Ende nicht verfügbar? Ja, schön. Oh! Hilfe! Ja! Ja, ich versuche schon zu drehen. Willst du mich verarschen? Ich kann da noch nicht durch. Hä? Darf ich da nicht lang, oder wie? Komisch. Gut, dann sammeln wir noch den Schiffbrüchigen auf. Jupp. Mach holen. So. Okay, hier wird's auch wieder so ein bisschen ruhiger. Hoffe ich mal. Ja. Ähm, ja, was... Was bekommst du in der Schule gelehrt? Du bekommst in der Schule gelehrt. Ja, du, äh... musst das und das machen können. Satz des Pythagoras. Was weiß ich für'n Scheiß. Ähm... Was du aber nicht gelehrt bekommst... Wie machst du deine Steuererklärung richtig? Was... Wofür zahlst du Steuern? Wofür zahlst du zum Beispiel Steuern ein? Ähm... Wart euch ein paar, vier später. Achso. Mosa! Kann ich da irgendwie die Kanonen erinnern? Schade. Ne, aber was... Was... Du bekommst in der Schule gelehrt halt... Satz des Pythagoras, wie den richtig einsetzt. Oder... Algebra. Algebra. Oder wat für'n Scheiß. Starten wir mal die Mission. Und das find ich so'n bisschen schade. Dass die Schule halt sagt, ja, du musst das und das und das können. Aber... Wenn du dann raus aus der Schule bist. Was? Gentlemen! Oh. Wie ist bei uns der Brauchser jeher verlangt? Stürzen wir uns nicht kopflos ins Unglück auf Befehl eines einzelnen Wahnsinnigen. Sondern nur gemäß unseres... Gemeinsamen Wahnsinns! Unser Objekt der Begierde ist eine rar getakelte Galeone. Und sie wäre eine große Verstärkung für Nassau. Also stelle ich es zur Wahl. Alle, die dafür sind, diese Bucht zu stürmen und das Schiff zu kapern, stampft auf und ruft Ei! Ei! Der dagegen ist, pinselt Ney! 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 Die Berater des Königs sind sich nie so einig. Tja. Nicht den Kämpfe verwechseln lassen. Ups, da noch. Ja, alles klar. Dann... Legen wir mal los. Sperrgebiet. Und dann infiltrieren wir mal das Gebietchen hier. Ne, aber das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Von Schule oder... Ja, von... Ja, Schule generell. Ist ja irgendwie noch eine Kiste oder was? Truhe. Gewinn, gering. Wahrscheinlich da oben, wa? Egal. Egal. Gehen wir mal hoch. Weil... Niemand sagt dir, welche Versicherung musst du haben? Welche... Versicherung brauchst du? Welche sind nötig? Oder... Okay, da kann ich nicht hoch. Bäh. Alter, Kenny, was tust du da? Uiuiui. Schwein gehabt. Okay, beinahe daneben gegriffen. Ähm, ja. Welche Versicherung brauchst du? Was könnte wichtig sein? Was... Geht's da noch rum, oder was? Ja, anscheinend schon. Moment, ganz kurz hin. Das ist so ne... Ah, hier. Haha. Geil. Great Iguana. Hehe. Weiter geht's. Mit dem Kletterer. Zum Beispiel, äh, kann ich mal erklären. Es gibt mehrere Versicherungsarten. Haftpflichtversicherung, die... Äh... Springt zum Beispiel für dich ein. Wenn du... Zum Beispiel, äh, etwas aus Versehen kaputt gemacht hast. Wenn du zum Beispiel bei einem Freund bist. und er sagt, Hey, äh... Oder du sagst halt ihm hier, äh, Kollege, ich hab versehentlich, äh, sagen wir mal, deine Kloschlüssel kaputt gemacht. Dann kannst du ihm sagen, äh, kannst du ihm sagen, hier, äh, ich sag meiner Versicherung Bescheid. Und dann... Zack. Kaputt. Und dann, äh, hat sich das erledigt. Ah, die können wir umgehen. cool. Ah, scheiße. Hehehe. Ja. Oh, jetzt. Na komm. Mach mal Hackschnitzel aus ihm. Zack. Ah, okay. Ja, aber Haftpflicht ist wichtig. Das sichert dich halt für eventuelle Schäden bei Freunden ab. Was auch interessant ist, welche Versicherung, ähm, ist... eine Wohngebäudeversicherung. Die sagt dir dann zum Beispiel, äh, du brauchst, äh, du brauchst diese Versicherung, um... dein Haus zu versichern, gegen Brand, gegen Wasser oder was auch immer. Welche Versicherung brauchst du noch? ... ... ... ...